Leute, das neue Set Strahlen der Sterne, die Preleases starten jetzt. Wir haben eine Build & Battle Box hier mit vier Packs. Das heißt, die machen wir jetzt ein bisschen über ein paar TikToks und Reels auf. Wir schauen mal. Checkt übrigens unbedingt YouTube ab. Da machen wir jetzt die ersten Openings. Auch ein Display-Opening kommt jetzt Sonntag online. Und ja, wir schauen mal, was wir jetzt hier drin haben. Kommt du mal näher, kommst du mal her. Und was haben wir für eine Promo? Oh, das Bidifa ist sehr, sehr geil. Die haben wir noch nicht gezogen, noch nicht gesehen. Auch eine sehr schöne Promo-Karte hier am Start. Und ich würde sagen, einen von den vier Packs machen wir jetzt auf. Die Pack Arts. Einfach der Hammer. Und wir gehen rein. Wir gucken mal, was dieses Pack so für uns bereithält. Wir haben eine Elektroenergie. Wir haben Luxion. Schöne Hardworks. Topfhelm. Symbolara. Barmelin. Kaumalat. Knackleon. Owei. Ein starrer Lilli. D-Denne. Und ein...